Auf der Karawanmesse in Düsseldorf trafen wir in unserer Reihe Sportlife Promi-Talk Harry Weinfurt. Der bekannte Moderator der damaligen Gameshow Der Preis ist heiß war als Präsentator eines großen Wohnmobilherstellers vor Ort. Ja, ich wohne im schönen Senden in Westfalen, also bei Münster, im traumhaft schönen Parklandschaft von Münsterland. Und da wohne ich auch nicht innerhalb der Gemeinde, sondern ich wohne draußen in einer Bauernschaft. Jetzt kenne ich ja viele Zuschauer von der Sendung Der Preis, das heißt von RTL. Damit hast du 1989 angefangen, aber generell, du hast auch vorher was ganz anderes Solides gelernt. Ja, ich bin gelernte Steuerberatergehilfe, das heißt jetzt Fachgehilfe im Steuerberaterei oder Steuerfachgehilfe heißt das wohl. Bei mir nannte man das damals noch Gehilfe im Wirtschafts- und Steuerberatenden-Beruf. Und das war einfach ein Zufall, dass ich das geworden bin, weil ich wollte nicht weiter bei meinem Vater arbeiten. Ich sollte einen Lehrer als Körschner machen und das lag mir überhaupt nicht. Und dann sagte mein Vater zu seinem Steuerberater, was mache ich mit dem Kerl, der muss doch eine ordentliche Lehre machen. Und dann sagte der Steuerberater, dann schick ihn zu mir, dann wird er Steuerberater. Und somit wurde ich das dann auch, ich habe diese Lehre durchgezogen. Ich habe einen Gehilfenbrief und ich bin heilfroh. Das Ganze hast du natürlich nicht lange weitergeführt. Du hast schon in deinem Job gearbeitet. Wie kamst du denn generell nach RTL? Ich habe nach meiner Lehre bei einer Fluggesellschaft gearbeitet. Dann kam ich in den Verkauf. Dann habe ich bei einer Rederei gearbeitet und dann habe ich mich verselbstständigt. Und ich begleitete eine Gruppe mit Medienfachleuten nach Hollywood. Und einer der Mitreisenden war der Unterhaltungschef von RTL. Und der meinte nach drei Tagen, könntest du dir vorstellen, bei uns eine Show zu moderieren? Und das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe nie daran geglaubt, dass der mich noch jemals zurückruft. Aber tatsächlich lag der Post schon da für die Einladung zu einer Probeaufnahme, bevor ich überhaupt zurück aus Amerika war. Also er meinte es ernst und ich dann später auch. Das Konzept kam ja ursprünglich aus den USA. Da läuft das Ganze oder lief das schon seit 1956. Jetzt solltest du das 1989 übernehmen. Hast du auch. Und dein Hintergedanke war ja, ein Weihnachtsmann jeden Tag zu sein, habe ich gehört. Ja, das war so. Ich habe gefragt, was ist das für eine Show? Und er hat gesagt, ja, ein Gameshow, wo die Kandidaten so 25.000, 35.000, 45.000 Mark pro Sendung gewinnen können. Und für mich war diese Summe so gigantisch. Und da habe ich gesagt, einmal im Monat, nee, sagt er, jeden Tag. Da habe ich gesagt, oh ja, sage ich, das kann nur ein Erfolg werden. Wenn ich so viel verschenken darf, dann ist man eben ein ganz Jahresweihnachtsmann. Und genau so sehe ich dich, sagte damals der Jochen Vilser, mein Entdecker. 1997 endete ja dann das Ganze. Warum so plötzlich? Du hattest ja über 2000 Shows. Ich meine, es ist schon Jahre, sage ich mal wirklich, die diese Show erfolgreich lief. Warum 1997 hörte die auf? Das war ein Politikum. Wir hatten irre hohe Einschaltquoten. Wir hatten 35 bis 42 Prozent Marktanteil. Die ganze Gameshow-Schiene im Vormittagsbereich hat ja mitgeholfen, sehr wesentlich mitgeholfen, RTLs auf den ersten Platz zu hieven. Aber es gab wieder einmal einen Programmdirektoren-Tausch. Und das Vormittagsprogramm war eigentlich die einzige Stelle, wo er noch dem Programm seinen Stempel aufdrücken konnte. Und er wollte unbedingt eine Magazinsendung dort haben. Und da musste dann die Gameshows weichen. Und das war dann so eine Tendenz, wenn einer aufhört mit Gameshows, dann hören alle auf. Dann fängt einer mit Gerichtshows an, dann fangen alle an. Jeder sitzt in der lauer Stellung. Einer macht die Bewegung und alle anderen folgen. Die Fernsehchefs und die Fernsehendigen Programmdirektoren sind für mich mittlerweile alle wie Lemminge. Einer springt über den Felsen, alle rennen hinterher. Du hast natürlich nicht ganz aufgehört. 1997 war zwar Schluss mit der Preis ist heiß, aber man sieht dich halt noch überall, darf man wirklich sagen. Auf vielen Messen bist du präsent. Und ich habe gehört, auch viel mit Pferden hast du zu tun. Unter anderem bist du auch anerkannter Pferdeauktionator. Ja, es hört ja mein Fernsehmäßig ja nicht auf. Denn ich habe ja nach der Preis ist heiß, habe ich meine Kochsendung gehabt bei TM3, der Reis ist heiß. Dann habe ich im Teleshopping-Bereich in Belgien das holländischsprachige Programm aufgebaut. Ich habe geholfen, den RTL-Shop aus den Taufen zu heben, also aus den Windeln quasi zu bringen. Es gab noch jede Menge andere Fernsehauftritte. Mein Hobby war es das Züchten von amerikanischen Pferden, von Quarter Horses. Und wir haben auch eine Vermarktungsmöglichkeit gesucht. Und das war eben die Pferde verauktionieren, nicht nur unsere Pferde, meine Pferde und andere. Und das habe ich dann auch einige Jahre gemacht. Also sehr, sehr vielfältig und sehr, sehr spannend. Ja, und dann bin ich natürlich ständig unterwegs für die Industrie. Zum Beispiel hier auf dieser Messe, auf dem Caravan Salon in Düsseldorf, für meinen Partner Carthago. Du bist aber auch als Coach unterwegs, habe ich gelesen, also für verschiedene Events, beziehungsweise Firmen. Da kann man dich auch buchen und du coachst dann halt viele Verkäufer. Das ist richtig. Ja, für die Firma Opti.de in NeurTorrent zum Beispiel mache ich das gesamte Seminarwesen. Also das heißt Verkaufsseminare, Managerseminare, Produktseminare. Das ist einerseits. Andererseits mache ich auch so Einzelseminare für Manager. Wie spreche ich richtig vor Menschen? Wie bewege ich mich korrekt etc. pp. Oder aber Produktschulungen, interne Produktschulungen oder Produktschulungen für Kunden. All solche Sachen mache ich. Das heißt, heute spreche ich über Handtücher, morgen über Bagger und übermorgen sitze ich wieder in einem Wohnmobil, so wie dieses. Und dann erkläre ich alles über das Wohnmobil. Also das heißt, ich habe ein wahnsinnig abwechslungsreiches Leben. Und im selben Atemzug erzähle ich dann, wie die gesunden Tomaten aus dem Gewächshaus in Holland kommen. Kommen wir privat ein bisschen auf dich zu sprechen. Du engagierst dich auch sozial für Kinder besonders. Und da ist mir ins Auge gefallen der Royal Fishing Club. Was genau verbirgt sich dort hinter? Der Royal Fishing Club Kinderhilfe ist ein Verein, da sind sehr viele prominente Zeitgenossen Mitglied. Wir haben es uns auf der Fahne geschrieben, benachteiligte Kinder, Waisenkinder, sozial schwache Kinder, Lernunwillige und Lernschwache Kindern, durch von uns geschulte, von besonders geschulten Trainern, das Angeln beizubringen. Weil Kinder, die alles über Angeln wissen und angeln können, die denken nur ans Angeln. Die sitzen nicht stundenlang vor dem Computer, sondern stundenlang am Wasser. In der freien Natur. Und gegen das spannende Hobby, das Angeln nach. Und das sollen sie ja weitgerecht machen. Und wir haben mittlerweile über 6000 Kinder und Jugendliche zum Angeln gebracht. Haben die Fischereiprüfung machen lassen. Und wenn sie das geschafft haben, dann belohnen wir sie sofort mit Angelruten, Spulen, Köderkisten, damit sie auch richtig angeln gehen können. Wir finden für die auch Vereine, die die aufnehmen und dass sie dann an Vereinsgewässern in ihren Heimat dann auch angeln können. Und wir haben eine Rückmeldung von der Schule, von Schulen, dass die Kinder, die das geschafft haben, haben auf einmal in der Schule auch mehr Animo, also die sind da mehr animiert zu lernen. Weil sie festgestellt haben, ich habe was gelernt, nur für mich und habe auch sofort ein Ergebnis in der Hand gehabt. Und ja, das ist natürlich eine unheimlich spannende Geschichte. Auf einmal lernen sie nicht mehr für den Lehrer oder für die Eltern, sondern wenn ich mich auch in der Schule auf dem Rosenboden sitze, dann kriege ich da irgendwann auch ein Ergebnis dafür raus. Also dann versuchen wir durch die Hintertür die Kinder freiwillig zum Lernen und zum Lesen zu bringen. Eine sehr schöne Sache. Mir ist noch selber aufgefallen, wir haben drei Dinge gemeinsam. Also ich liebe Holland, ich habe selber Hunde, so wie du auch einen Hund hast. Und du fährst Wohnmobil, ich nur den Wohnwagen, aber sage ich drei schöne Sachen. Jetzt komme ich mal auf Luna zu sprechen, das nicht so ein ganz einfacher Hund ist. Hunde sind nicht einfach, kenne ich selber. Aber man konnte es bei dir ja auch erfolgreich sehen in der Fernsehserie mit Martin Rütter. Was war denn da das Problem gewesen bei Luna? Sie ist doch klein und niedlich. Und dann Punkt. Also sie ist klein, niedlich, aber ignoriert mich komplett. Ich rufe, sie kommt nicht. Sie schaut mich an und sagt, wieso soll ich zu dir kommen, da ist doch viel interessanter zum Schnüffeln. Es ist ein Weibchen. Das ist schon mal ein Grund, hören schlecht. Zweitens ein Terrier-Dame, ein West-Heiland-Wight-Terrier. Ignorantin, eigenen Dickkopf, machen was sie wollen. Der Martin Rütter hat mir wirklich sehr geholfen. Es ging immer besser, es ging immer besser. Aber ich war kaum zwei Wochen mal wieder unterwegs und der Hund war bei meiner Lebensgefährtin. Ich erkannte meinen Hund nicht mehr, weil meine Lebensgefährtin sagt, Erziehung und Hunde sind zwei Sachen, die nicht zusammengehören. Also sie hat das alles schleifen lassen und ich konnte wieder üben, dass es folgt. Und ja, dieses Hin und Her, ich habe noch nicht aufgegeben, aber es ist halt einfach schwer. Sie ist eigentlich auch das, was sie sein soll. Sie ist ein süßer, kleiner Schoßhund. Sie ist unheimlich lieb. Das Einzige, was sie nicht tut, sie hört nicht. Ja, halt ein Terrier, ne? Jetzt kommen wir zum Thema des Tages hier auf der Caravansalon. Also wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich fahre sehr gerne Wohnwagen und du bist jetzt begeisterter Wohnmobilfahrer. Wie kam es dazu? Das kam da dazu, dass ich in Amerika erst mal mit solch einem großen Wohnmobil in Berührung gekommen bin. Da bin ich mit so einem 12-Meter-Teil drei Wochen lang durch Amerika gefahren, um dann hinterher festzustellen, dass ich mit meinem Führerschein auch in Amerika das Ding hätte gar nicht fahren dürfen. Aber ich fand das äußerst schön und spannend. Ich habe gemeint, das geht alles gut und das ist auch gut gegangen. Dann hatte ich ein bisschen Pause. Dann habe ich irgendwann in Deutschland auch mal ein Fahrzeug gemietet. Und dann so vor zwei Jahre, zweieinhalb Jahre, kam ich das erste Mal durch einen blöden Zufall wieder in Kontakt mit der Wohnmobilbranche. Ich habe dann einiges ausprobiert und letztendlich bin ich jetzt bei Carthago gelandet, wo ich jetzt als Markenbotschafter unterwegs bin und die Flaggschiffe des Unternehmens propagieren darf. Und zwar die Leiner Deluxe. Also das sind die schönsten Fahrzeuge, die größten Fahrzeuge und die aufwendigsten Fahrzeuge, die die Firma herstellt. Für die Zukunft, was dürfen wir sehen? Dürfen wir den Harry nochmal im TV bewundern? Oder ist das wirklich so, dass du sagst, nein, ich bin lieber auf Messen oder kleineren Events zu sehen? Was liegt da für die Zukunft an? Man soll nie, nie sagen. Wenn man ein gutes Konzept angeboten bekommt, dann wäre es verrückt, wenn man es nicht macht. Weil Fernsehen machen ist halt eine Leidenschaft. Das macht man entweder gerne oder gar nicht. Leute, die glauben, dass es nur wegen Geld machen, das sind die, die versagen, die dann einfach, man merkt es denen an, die Zuschauer sind unheimlich sensibel. Die merken genau, wer meint es ernst oder wer meint es nicht ernst. Und ich würde auch wieder was machen. Also das ist nur eine Frage des Angebots, was man bekommen könnte. Und ansonsten bin ich so gut unterwegs, dass ich kaum Freizeit habe. Und da mein Wohnmobil im Herbst erst fertig ist, werde ich erst ab Herbst mit diesem Wohnmobil mehr unterwegs sein. Und dann ist die Frage, ob ich dann überhaupt noch Fernsehen machen möchte. Weil dann ist es mir doch am liebsten, wir lassen einen Tierpfleger, lassen wir die Ziegen, die Tauben und die Fische pflegen. Und wir packen unseren beiden Hunden ein. Und Dankeschön, jetzt geht es zur Ostsee oder es geht zur Nordsee oder wir fahren in die Alpen oder nach Südtirol oder nach Bayern oder nach Mecklenburg-Vorpommern, an der Seeplatte, wo ich mich öfters aufhalten werde, weil ich da auch angeln kann. Also ich bin 63, ich bin voller Tatendrang, aber ich laufe der Arbeit nicht unbedingt mit Riesenschritten hinterher. Gut, dann danke ich dir für das herzliche Interview und wünsche dir für die Zukunft noch viel Erfolg. Ich bedanke mich für die Möglichkeit, mit euch zu sprechen.